ich hab fast noch ganz eignet wie die Rebirth, mein Gott, Digga! Was? Guten Tag meine Freunde, was geht ab? Season 5 ist draußen und ich schwör's euch, das Update ist echt geil, muss ich sagen. Die zwei neuen Waffen sind wild, das Perk ist wild, was neu ist, die Maps sind wild. Heute reden wir aber über die EM2. Ich hab die EM2 heute, wo das Video hochgeladen wird, von Level 0 bis Level 55 gelevelt, sie in Multiplayer gespielt und auch Warzone. Und ich muss wirklich sagen, diese Waffe ist in Multiplayer ein Laser, sowohl als auch in Warzone. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video, am Ende gibt's ein klasse Setup zu der neuen Waffe. Und ja, schönes Wochenende. Jigen Tag meine Hand organisempfüren. Jetzt kann ich ab und ich sch want, lieber estão in die dem Spiel. Vögel ansch Itu ist derlei B recibir. Während die Hcm Oh, baby. Er war nie weg, jonge. Oh, 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 oh. So, jetzt hattet ihr einen kleinen Einblick bezüglich dem Multiplayer und jetzt gehen wir rein in Warzone. Oh mein Gott, das habe ich nicht gemacht. Oh mein Gott, das habe ich nicht gemacht. Oh mein Gott, er hat so einen Zeitraum bekommen. Oh mein Gott. 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 Aus Turm direkt, gut toll, ich hab ihn aus dem Turm rausgeschnitten Eine Army, eine Army Zwei, zwei sogar Die Tonierung ist auf Wasser Die Tonierung ist auf Wasser Die Seite rauf, die Seite rauf, ich bin nicht tot auf dir Nein, meine Waffe ist nicht da Oh, meine Techno ist gut Doch, ich hab ihn hoch Bei mir, ich bin schon ganz oben, also geh ich runter 25 Meter links 25 Meter links 25 Meter links Hier, Uren, K Iko, kannst du mich betreiben? Puss Oh mein Gott, Bruder, mein Herz Also ich war mal in den Lob Wie zocke ich die EM-2? Die EM-2 spiele ich immer mit einer Sniper zusammen, aber das liegt daran, dass ich immer eine Sniper spiele Dann zocke ich sie Mündung Den Letzten, die Letzte Mündung Agency Mündungsfeuer Dämpfer Lauf Zocke ich den, auch den Letzten 25,8 Sonderkommando Lauf Visier zocke ich das Axial Arms 3er Visier Unterlauf Zocke ich den Feldagenten Griff Und Magazin zocke ich das Stannack 50 Schuss Magazin 40 Schuss, wenn bei euch 40 Schuss reichen, dann würde ich 40 Schuss empfehlen Aber ich brauch 50 So, dann zocke ich hier extra Skaltblütig, Overkill und Eifrig Primär Wurfmesser und Taktik Head Schlagsensor Ja und die Sniper halt Sniper kann ich euch auch zeigen ganz schnell Mündung Schalldämpfer Monolith Lauf Den Letzten Laser Zack Zielfernrohr Zack Und Gummites Griffband So, ich hoffe das Video hat euch gefallen Lasst ein Like da Lasst ein Abo da Und Montag kriegt ihr schon direkt ein neues Video zu GTA 3 Lauf 2 1 2 2 3 1 2 2 3 4 5